Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Huawei hat vor einigen Tagen sein neues Flaggschiff vorgestellt, nämlich das SNP7. Das Konzept ist aber noch relativ ähnlich wie beim Vorgänger. Ihr bekommt ein sehr, sehr hochwertiges Gerät, nicht mit absoluter High-End-Hardware, aber doch mit mehr als ordentlicher Hardware. Das SNP7 wird etwa ab Anfang Juni in Deutschland verfügbar sein. Ihr könnt es schon vorbestellen für 399 bis 420 Euro. So viel sollte es also dann auch zur Markteinführung ungefähr kosten. Und wir wollen es heute natürlich erst einmal auspacken, bevor ich es dann auch ausführlich testen werde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Die Verpackung erinnert schon sehr stark an die des Vorgängers. Sie kann sich aber natürlich auch noch verändern, denn das SNP7 kommt ja erst in einigen Tagen beziehungsweise Wochen in Deutschland auf den Markt. Insofern, das ist ja nur ein Pressesimple. Hier sehen wir Huawei SNP7, wobei ich schon sagen muss, für mich sieht die schon sehr final aus, die Verpackung. Hier nochmal das Huawei-Logo, hier auch nochmal der Schriftzug SNP7. Die Rückseite ist relativ blank gehalten. Und dann haben wir hier an der Seite wieder diese Lasche, wo man alles rausziehen kann. Und dann sehen wir auch gleich schon den eigentlichen Star der Show, das SNP7. Wenn wir das hier rausholen wollen, ziehen wir da, wo Open steht und sehen gleich schon mal das Smartphone. Also ich muss sagen, hier die Verpackung gefällt mir schon ziemlich gut, wirkt sehr, sehr edel. Das ist schon mal der eigentliche Star der Show. Das SNP7 schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Jetzt schauen wir aber erstmal, was sich sonst noch so im Lieferumfang befindet. Wir haben hier einmal so einen Tray, da ist ein SIM-Eject-Tool, wie wir das kennen. Hier drin befindet sich nichts. Interessant wird es dann aber auch hier, denn ich denke, hier befindet sich das Zubehör drinnen. Hier haben wir diese Kennzeichnung, wie wir das schon vom SNP6 kennen. Kopfhörer, Ladekabel, Micro-USB-Kabel und wir machen das Ganze mal auf und holen die Sachen hier raus. Wir haben hier einmal ein Headset. Das sind keine In-Ear-Kopfhörer, sondern Stereo-Kopfhörer. Sie wirken etwas verändert im Vergleich zum Vorgänger, wobei das werden vermutlich auch wieder die gleichen sein. Nichts Besonderes, aber wie gesagt, immerhin sind Kopfhörer dabei. Ansonsten haben wir hier auch noch ein Micro-USB auf USB-Kabel, auch in weiß gehalten. Hier schön mit dem Huawei-Schriftzug. Ich halte euch das mal etwas genauer vor die Kamera, dann könnt ihr das erkennen. Also bisher eigentlich relative Standardkost. Und dann zu guter Letzt muss ich schauen, wie ich den hier wieder rausbekomme. Der sitzt ziemlich fest drinnen. Zu guter Letzt haben wir natürlich hier auch noch unseren Ladeadapter. Auch hier wieder schön mit einem Huawei-Logo hier der Micro-USB-Anschluss. Ich schaue mal schnell, was wir hier für einen Output haben, weil das ja auch immer einige interessiert. Lasst es mich schauen. Wir haben einen Output von einem Ampere. Also der Akku sollte in etwa zweieinhalb Stunden aufgeladen sein. Aber das muss ich natürlich erst noch mal testen, wie das dann so aussieht. Soviel zum Lieferumfang. Hier ist wirklich nichts Besonderes drin. Ladekabel, USB-Kabel, Kopfhörer, das Smartphone und das war's. Aber wie gesagt, das hier ist ein Press-Sample. Bei der Verkaufsverpackung werden dann vermutlich noch Anleitungen und so weiter dabei sein. Aber ansonsten mehr dürfte da auch nicht dabei sein. Und damit kommen wir jetzt endlich zum Huawei S&P 7. Und ganz wie sich das für so ein Unboxing gehört, versuche ich hier mal die Schutzfolie abzunehmen. Die sitzt relativ streng und dann schauen wir uns das Smartphone gleich mal etwas genauer an. Was gibt es zu den Abmessungen zu sagen? Wir haben hier 139,8 x 68,8 mm. Dabei ist es 6,5 mm dünn. Nicht mehr ganz so dünn wie der Vorgänger. Muss aber in meinen Augen auch nicht sein. Das ist immer noch ziemlich dünn. Allgemein gefällt es mir so von den Abmessungen her ziemlich gut. Deutlich besser als andere Konkurrenzprodukte, sage ich jetzt mal. Dabei wiegt es dann 124 Gramm, ist also auch nicht besonders schwer. Das macht schon mal einen guten Ersteindruck. Wir haben auf der Vorderseite ein 5 Zoll großes IPS-Display. Das löst nun endlich mit Full HD, also 1920 x 1080 Pixeln bei 441 Pixel per Inch auf. Beim Vorgänger hatten wir ja noch eine HD-Auflösung, die aber in meinen Augen auch wirklich gereicht hat. Highlight ist auch die Frontkamera, die hat eine Auflösung von 8 Megapixeln. Da bin ich schon sehr gespannt. Da kann man dann sehr, sehr schöne Selfies damit machen für all diejenigen, die draufstehen. Hier noch die Hörmuschel, das Huawei-Logo ganz unten und ansonsten keinerlei physische oder touchsensitive Tasten auf der Vorderseite. Wir haben Onscreen-Tasten und die Rahmen hier an der Seite sind auch relativ dünn. Oben und unten könnten sie in meinen Augen aber noch etwas dünner sein. Aber das macht außer LG momentan eh keiner besser. Schauen wir uns das Gerät von der Seite etwas genauer an und da finden wir wieder einen alten Bekannten, den hochwertigen Aluminium-Rahmen, der mir schon beim Vorgänger richtig gut gefallen hat. Wer mich kennt, der weiß, ich stehe auf Aluminium bei Smartphones. Wirkt schon sehr, sehr hochwertig. Die linke Seite ist blank gehalten. Auf der Unterseite haben wir einen Micro-USB-Anschluss und ein erstes Mikrofon. Auf der rechten Seite haben wir dann viel, viel mehr. Wir haben hier zum einen den Einschub für die SIM-Karte, außerdem auch den Einschub für eine Speicherkarte. Gott sei Dank, endlich könnt ihr den 16 GB großen internen Speicher auch problemlos erweitern. Dafür ist dann eben auch dieses SIM-Eject-Tool gut, um diese Schlitten hier herauszuholen und eine SIM-Karte bzw. eine Speicherkarte einzulegen. Daneben wiederum der Power-Button gefällt mir auch designtechnisch sehr gut. Und die lauter, leiser Wippe, beide Tasten bestehen auch wieder aus Metall, scheinen einen ganz guten Druckpunkt zu haben und scheinen auch ganz ordentlich verarbeitet zu sein. Wir haben hier auch immer wieder diese Kunststoff-Aussparungen, wie wir das ähnlich schon vom HTC One, M8 oder M7 kennen. Da gibt es die auf der Rückseite eben zur Empfangsverbesserung. Und auf der Oberseite haben wir ein weiteres Mikrofon und den 3,5 mm Klinkenanschluss. Damit werden wir jetzt auch schon bei der Rückseite angelangt. Und ich glaube, ihr habt es schon gesehen, da sind schon wieder einige Fingerabdrücke drauf. Derweil hatte ich das Gerät nur in der Hand, aber das ist eben so, wenn man hier Glas hat. Das ist nämlich eine weitere Neuerung. Beim S&P 6 war es noch so, dass wir Aluminium auf der Rückseite hatten, genauso wie beim Rahmen. Hier haben wir sieben verschiedene Schichten und die oberste ist Corning Gorilla Glass. Es gibt zwei verschiedene Farben, schwarz und weiß. Das schwarze sieht genial aus, so vom Ersteindruck her. Zieht aber hier auf der Rückseite natürlich auch Fingerabdrücke magisch an. Wirkt so wie eine leichte Fusion aus iPhone 5S und Sony Xperia Z2. Das sagen ja auch schon einige. Mir gefällt das Design, aber muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es gut aussieht, stört das doch nicht, wenn man sich da irgendwie inspirieren lassen hat. Ansonsten auf der Rückseite eine 13 Megapixel Hauptkamera und eine Foto-LED, sowie hier das Huawei-Logo und links unten auch noch der Lautsprecher. Die Kamera hat übrigens eine Blende von f2.0, also auch relativ ordentlich. Auf deren Qualität bin ich auch ziemlich gespannt. Und wir haben hier einen 2500 mAh starken Akku, der allerdings wieder fest verbaut ist. Drehen wir das Ganze um. Wir haben wieder Fingerabdrücke auf dem Display, aber ich hoffe, ihr seht mir das Ganze nach. Ich schalte das Gerät jetzt direkt mal ein. Während es hochfährt, gebe ich euch wie immer die restlichen Daten durch. Als Plattform haben wir ganz aktuell Android 4.4.2 mit Huawei's hauseigene Emotion UI. Da bin ich auch schon gespannt, ob man die verbessert hat. Ich hoffe es zumindest. Als SoC auch wieder etwas hauseigenes. Den HiSilicon Kirin 910T Quad-Core-Prozessor mit 1,8 GHz Kern. Ich hoffe, dieser Begrüßungssound ist jetzt eben ungefähr so gut rübergekommen, wie er auch in Wahrheit war. Er war nämlich ziemlich, ziemlich laut. Ich bin sogar leicht erschrocken. Außerdem haben wir 2 GB Arbeitsspeicher und LTE Kategorie 4 mit bis zu 150 MBit Sekunde. Ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Viele Smartphones haben das noch nicht. Ja Leute, das war auch schon wieder das Unboxing des Huawei S&P 7. Auch zu diesem Gerät werden zahlreiche Videos folgen. Es gilt wie immer, solltet ihr irgendwas Spezielles sehen wollen, lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich werde versuchen darauf einzugehen. Eventuell mache ich dann sogar ein extra Video. In diesem Sinne, ich hoffe wie immer es hat euch gefallen. Bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und sage Tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.